Es sei gegrüßt aus Sachsen. Greg Daniel Kurt aus Sachsen. Ja, auf jeden Fall, ich mach mal mit dem Hund so lange. 60 Sekunden Verzögerung einstellen und dann kannst du doch sagen, er dürfte jetzt nur rosa Pokémon oder so. Nur rosa Pokémon? Ich nehm natürlich einfach, was ich möchte und die Zuschauer, die werden eingegrenzt. So kann man's machen. So kann man's machen. So kann man's machen. So, ich bin wieder da. Natursekt ist auch wieder da. Das klang fies, oh Schuss, was runtergefallen, Ramses, was war das, was ist los, Ramses in Gefahr, dachte der Ofen ist explodiert, Schießerei in Hiwo, was war das denn? Ähm, ich weiß nicht, was es war. Ich hab auf jeden Fall erstmal geguckt, auf dem Markt, irgendwas, keine Ahnung. Ich hab nach dem Adi geguckt, der Adi hat natürlich jetzt schon wieder Todesangst, hat so einen buschigen Schwanz und läuft nur noch gebückt durch die Wohnung. Den hab ich erstmal kurz geknuddelt, damit er sich nicht erschreckt. Ist wahrscheinlich nichts Wildes, wahrscheinlich wie immer, dass wieder ein paar Idioten unterwegs sind und schmeißen wieder irgendwelche Polenböller auf den Markt rum oder gegen die Geschäfte oder sonst wohin, keine Ahnung. Da vorne war nämlich noch so eine kleine Rauchwolke, irgendwas, als wäre da halt irgendein Böller hochgegangen. Ist leider keine Seltenheit, ne? Erlebst du hier öfters, wenn du hier so rumhängst.